Ja, servus, grüßt euch, da ist die Münsterer Musik und wir machen heute die Challenge. Genau, die Coldwater Challenge. Vielen Dank an die Nominierung, für die Nominierung von der Stadtmusiksobelle Rattenberg-Ratfeld. Dann von unseren Freunden aus Alpbach. Und, wer hat uns nun nominiert? Ja, die Freunde aus Kornland. Musikverein Puhrbach. Vielen Dank, aber die Jausen, die müssen es auch leider Wüttel selber zeigen. Wir gehen jetzt nicht ins Wasser. Sieh mich! Ein 16er-Rampen-Schütz. Passt es? Passt es. Passt es. Passt es. Passt es. Passt es. Passt es. Musik 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 Bravo! Musik 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 Ja, wir, die Münchner Musikanten, haben die Challenge schon früh, glaube ich. Nachsagen auch alle zusammen. Jetzt gibt es danach noch eine gescheite Ausnahme an den Schwimmbad. Und jetzt bleibt mir so die herzlich schöne Aufgabe, ein Boot zu nominieren. Und wir hoffen natürlich, dass die das auch machen innerhalb von 48 Stunden. Und Jokern kriegen sie auch. Wir haben auch 72 Stunden Zeit. Und als erstes nominieren wir unsere Freunde aus dem Tal der Liebe die Bundesmusikkapelle Navis. Genau, und dann möchten wir auch noch nominieren die Musikkapelle Bad Now, die dieses Jahr zu unserem Herbstfest kommt. Und als drittes nominieren wir auch wieder unsere Freunde ganz nach und da. Und zwar die Schützenkompanie Münster. Und als viertes, da haben wir eine Spezialaufgabe. Die dürfen wir auch noch nominieren. Und zwar unsere Obfrau, die Resi. Die ist zur Zeit auf Kuh in Attersee. Aber dadurch die einen See haben und sie ihr Instrument mit hat, wird sie das schon schaffen. Und sie ist gefreut mich auf eine gescheite Jasenrese. Danke! Und dann geht's nochmal zu kommen. Hünkern! Bleib verkauft! Steil! Warum ist das? Kommen! Untertitelung. BR 2018